Musik Sooo, Servus Buam, wir sind wieder zurückgegangen. Heute ist ich. Nachdem da wir bei den Airfield waren, sind wir jetzt eigentlich nach Grishino direkt hingegangen und äh... Jetzt sind wir wieder bei Devil's Castle, oder besser gesagt, sind wir das erste Mal bei Devil's Castle. Äh, wir wissen jetzt nicht, was uns da erwartet, dadurch, dass jetzt DayZ Standalone ist. Ich hab's gegeben nur ein bisschen weiter runter, damit man wirklich äh... wie ein echte Feeling hat. Mike, wo bist du? Ja, ich bin schon bei den Eingang. Siehst du mich? Ja, ich sehe dich. Zwei Zombies! Leuchten! Leuchten! Ich leuchte ja. Passt. Ich nehme die Axt, du leuchst mir bitte. Ja, wix. Ich schau dir die da runter. Äh, ja, wie gesagt, wir wissen jetzt nicht, was uns da erwartet, bezüglich waffentechnisch her, essentechnisch. Äh, wir suchen jetzt durch, irgendwann mal ein bisschen was finden. Na? Wir meinen halt, dass mal Devil's Castle ist, also wenn's jetzt was falsch ist, nix... Kann ja mal passieren. Aber es schaut verdichtigt ja noch aus. Ich muss mal in einige. Na, aber... Man kann in so einen Turm eigentlich gern normalerweise, wo bist du, Mike? Von dir. So. Ah, sieh, die steht da. Also ich hab so Kopf-Lampen und ich rauf wie du. Wo bist du, Mike? Ich sehe dich... Da, von dir! Ist das ein Turm? Ja, da steht nicht da. Nein, ich sehe dich schon. Oder du, die Axt, eine und ich leichter, Alter. Weil du kannst gleichzeitig noch nicht mehr nehmen. Oder so. Wo können wir da mal einige? Ja, ich check's gerade selber nicht ganz. Können wir mal da ein... Ja, ist ein Tentrum da? Ja, da können wir mal einige. Wo bist du? Da ist ein Treppen. Wo bist du? Das ist so stabil, aber... Das ist so stabil. Das ist so stabil. Das ist so stabil. Hey, ich kriege mich... Oh, du bist glaube ich schon. Siehst du mich? Nein. Ah, wo bist du jetzt? Ah, wo bist du jetzt? Das ist dein Lampal, da. Ah, du blittert! Die läuft auf dich! Wo hast du leicht auf mich? Blittert! Ah, da. Na ja. Ich schaue mich auf für... Ah... Teeeeeh... Willst du geißelit neid... Neid... Teeeh... Willst du geißelit neid... Neid... Das schaut schon mal gut aus. Ah... Ich hab schon wieder Zombies. Das war ich jetzt. Das war ich. Auf die Trieber, du Neger. Ich hab schon gesagt, liegt da was. Ah, gar nix. Das steilige Sau da auf. Sind wir jetzt für nix... Wir kommen jetzt für nix... Pass auf, dass du nicht da bin. Null, oder? Ja. Ich bin doch ein bisschen zu hoch. Weisst du da, Venus? Aber weisst du ganz genau, dass du... Ich... Du bist vom Fenster... Warum ist auch nix? Wo ist auch nix? Null? Wir sind eigentlich wegen Essen gekommen. Wir sind eigentlich wegen Essen gekommen. Wir sind eigentlich wegen... Ja, Essen und vielleicht haben wir vielleicht noch was G'scheites finden, aber eh! Das ist auch nix! Was ist auch nix! Was ist auch nix! Das ist Null! Also Leitln! Devil's Castle könnts vergessen! Mull! Mull ist das! Wir sind so nix übertaschen jetzt bei Standalone. Gerade zur Info. Jetzt können wir wieder runtergehen. Es war zwei schwule Zombies und das war's. Ja, es war zwei schwule Zombies, aber wir auch nicht. Die haben wir einmal mit zwei Schuhen erledigt. Oh, oh, is ich nix mehr. Wo bin ich denn? Wir sind zu fast alle geschmissen! Ey, Alter! Ich bin ja verrecken! Ich hab nix mehr zu messen! Is ich leider nur steuern? Also, da geht's runter. Da kann ich vielleicht den Dendor-Mann einschauen. Der Meike hat nix mehr zu messen. Ich hab was zu messen, aber er hat mir schon eine Sardinendosen weggenommen, die Neger. Was? Du hast es fallen lassen? Das ist ja wirklich zu viel. Ist ich wieder beim Dähen oder was? Der Hund ist ja immer nur beim Dähen! Ich muss jetzt was essen! Verstehs nicht! Was da los ist, eh! Also das... What the fuck? Ja da haben wir nicht mal eingegangen haben's da. Was ist denn das für ein Mol? Als vier Abteilung. Hat er jetzt was gegessen? Ja, ich muss auch noch. Ja, oder was. Wie kriegt man denn den Scheiß da nochmal in die Simon? Ich weiß nicht ob man da überhaupt nicht einfach kriegt. Aber bei den Scheiß... Oh, ich bin ja geflogen. Wo ist jetzt los überhaupt? Ich bin auch bei Nobiger, okay. Boah, ich bin schon lange bei Nächsten. Fuck. Ich bin kein... Ich glaube, ich sehe dich auch. Ey, es ist fucking awesome. Davon ist nur noch heiß. Da kommen wir gar nicht rein, das ist voll schwul. Äh, da kommen wir gerade orientiert und nicht genau wie eine Banane weiter. Da können wir rein gehen. Ja, darum können wir rein gehen. Ey. Was, das war schon mal eine Malterei, da haben wir hier abzum herfen. Wir sind durch den Wald gegangen. Verreck, schnell bitte leicht. Wir sind durch den dunkelsten Wald gegangen. Da haben wir da herkommen und da haben wir vielleicht was zum Essen finden. Das wäre jetzt mal verrecken, da. Wir werden da verrecken. Wir werden nicht verrecken. Weil wir sind... Die Heizwürmer. Wir befangen das Holz. Auf wieder. Aber da hätte ich jetzt schon eine Loot einbauen können. Ja, super. Jetzt bist du rum. Nichts? Gewaltig. Gar nichts. Feierungen in der Station. Kannst du schon wieder runtergehen? Na, machen wir es nicht für einen Müll jetzt. Also, das könnt ihr vergessen da. Devil's Castle vielleicht, ja, wenn es dann Sparen mal etc. und so gibt. Aber so könnt ihr es vergessen. Erstens einmal, ja. Die totale Blamage ist der neue Titel für dieses Video. Ja, echt, ja. Devil's Castle ist ein Feil. Na, pass, bumm. Das wollt man jetzt gleich kurz noch mal sagen. Und... Es wird eh wieder was hören, wenn es mal zum Actionreichen um mir geht. Servus, Terry. Servus.